Grüß Gott, mein Name ist Peter Kuhn, ich bin der Inhaber von Bildungsbetrieb.de. Ich möchte Sie zu unserem Seminar Weiterbildung an Firmen verkaufen einladen. Dies ist ein sehr wichtiges Thema, da viele Bildungsanbieter neben ihren Präsenzseminaren immer mehr dazu übergehen, ihr Angebot auch an Firmen deutschlandweit anzubieten. Nun ist dies nicht so leicht, wie man auf den ersten Blick meinen könnte. Es handelt sich oft um ein komplett anderes Geschäft als die Präsenzseminare. Für uns ist in diesem Seminar wichtig zu sehen, wer sind denn unsere Ansprechpartner in den Unternehmen, in den großen Unternehmen. Wie sieht eine Personalabteilung aus? Wie spricht man diese Personaler oder Personalerinnen eben idealerweise an? Ich werde Ihnen zeigen, welche Werbemethoden hier besonders geeignet sind. Ich gebe Ihnen einen Marktüberblick, zeige, was machen andere, wie erfolgreich sind andere mit ähnlichen Maßnahmen und gebe Ihnen zahlreiche Tipps und Tricks an die Hand, um in dieses wertvolle Firmenkontengeschäft einsteigen zu können. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich für dieses Seminar interessieren und freue mich auch auf Ihre Buchung.